Ähm, die erinnern mich an Super Mario. Ah, eine Bombe. Oh, ist hinterher. Geh doch weg, oh, und... Ich will nochmal... Hallo? Was ist jetzt los? Wieso bin ich denn jetzt gestorben? Kleiner Schlüssel. War irgendwie zu erwarten, hm? Naja, okay. Ach ja, ich weiß wieder, was hier passiert. Ich muss jetzt echt merken, welche Gänge ich schon gegangen bin. Gegehen? Ich kann heute super gut reden. Boah, nervt mich dieses Viech. Ja. Ja. Weiß immer. Oh, komm. Okay, ich mach's jetzt jetzt systematisch. Ich geh zuerst in den Boden hier ab. Ähm... Boah. Boah. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pesten. So, wo komm ich hier hin? Hier komm ich... Du, 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 du... Hier oben her, okay. Bitte lass zwei Herzen runter. So. Ich geh zuerst in den ersten. Okay, ich geh nochmal zurück. Ich will wissen, wo der zweite noch hinführt. Okay, der führt nach unten. Ist dann eigentlich egal, wo ich zuerst hingehe. Komm, verwandel mich. Ähm... Komm, verwandel mich. Ähm... Scheiße. Ach, komm. Ja, man merkt, dass es der letzte Tempel ist. Hört's auf zu hüpfen? Mir ist Viecher. Okay. Ich geh zuerst den unteren Weg? Nein, ich geh zuerst den rechten Weg. Nein, ich geh zuerst den rechten Weg. Ich muss mal schauen. Ah, okay. Hier ist die Bostür. Wow. Halt's mal auf. Es reicht schon. Gut. Schon gut. Muss man ja nicht übertreiben. Oh Gott. Ähm... Ähm... So. Sind die wieder da. Also. Warum merke ich mir die Dinger nicht? Können sie mir auch noch runter? Also nicht. Ich war beim... ...rechten Gang noch nicht. War nicht viel. Ich geh zuerst den großen Schlüssel mehr holen. Hm. So. Ich trinke mal einen Schluck Wasser während ich hier rolle. Oder ich geh erst noch in die zweite Rolle. Okay, Leute. Weiter geht's. Oh Gott. Vier von diesen Dingern. Ich bin ein Hase. Und vier von den Dingern. Oh Gott. Und noch ein Auge dazu. Komm her. Hüpfen da. So. So. Muss ich das so aufmachen? Ha. Okay. Ich roll mal wieder. Hey. Hey. Was krieg ich hier? Den großen Schlüssel. Ja. Nice. Okay. Hier noch ein bisschen Magie. Und ähm. Jawoll. Schön. Sehr gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar wahnsinnig gut. Äh. Der zweite glaube ich war das. Oh Gott. Ich habe eine Orientierung. Ja ja. Das war schon. Der zweite war richtig. So. Und durchgehen. Den linken Gang. Und. Und hier gibt's das Spiegelschild. Damit lassen sich Strahlen abwägen. Gegen die dein altes Schild machtlos war. Ähm. Zum Beispiel diese Augenstrahlen. Die man da ab und zu gesehen hat. Ähm. Die kann ich jetzt soweit ich was abwägen. So. Ist schon eine Zeit lang her, wo ich hier das letzte Mal war. So. Einmal. Hier ist. Betten. Nichts. Natürlich. Hier ist mal wieder gar nichts. Ah. Schauen wir mal, welcher hier sinnvoller erscheint. Der rechte erscheint sinnvoll. Deswegen gehen wir die oberen zuerst. Ähm. Wasser. Leck. Tututut. So. Vielleicht ist doch der oberen der Richtige. Ich geh doch mal schnell hoch und hol mir den anderen Weg. lalala 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 so was ist hier nichts? Fragezeichen? eine Bombe? steck dir auch mal, komm dir auch mal so was ist jetzt gerade? äh äh Bomben Geld, Geld das ich nicht brauche, ok der Aufwand ist mir jetzt gerade nicht wert